UNTERTITELUNG 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 Ich dachte Frankfurt. Das nimmt das BKA hoffentlich auch. Frankfurt stand nie ernsthaft zur Diskussion. Zu unsicher. Aber hier am Schloss soll die Tüten? Hier ist doch weit und breit nichts. Noch nicht. Komm. Es geht los. Ich denke, ich weiß jetzt, was der Vorrat. Fahr da vorne raus. Nach links. Weiter nach links. Dennis! Muss ich dir erst eine Zeichnung machen? Das nennt sich Dreierrunde. Da trifft sich der Erzbischof mit einem Großrabiner und einem hohen Islamvertreter aus Ägypten. So eine Art religiöse Friedenskonferenz. Die wollen halt ein Zeichen setzen. Das will ein Mann auch, schätze ich mal. Ja, aber bestimmt nicht für Frieden und Toleranz. Der will den Überläufer abstrafen. Der Anschlag hätte in der islamischen Welt eine hohe Symbolwirkung. Und das Resultat wäre, wäre eine Intensivierung der Konflikte. Kleiner Aufwand, Großer Röck. Aufwand! semana, Nummer. Ja品! Ja? Ja, mach's aus. Nein, nicht es ist mehr. Ja, 자기! UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG